Hallo, schön, dass ihr da seid. Äh, ich hänge hier irgendwo im Loch. Ich habe eine riesige Ameisenkönigin getötet. Ich bin weiter auf Erforschungstour. Ich habe irgendwo noch einen Eingang gesehen oder sowas. Da unten. Da will ich doch eigentlich hin. Ach, und schon habe ich die Dinger vergessen. Und schon habe ich diese Dinger vergessen. Da unten ist auf jeden Fall Struktur. Ganz dunkel erkennbar. Und da muss ich da oben über diese Brücke kommen, um da hinzugehen. Ähm, hier gehen nur Leitern nach unten. Echt jetzt? Hier ist einfach eine Random Leiter ins Nirgendwo. Aber die da sieht gut aus. Noch ein bisschen weiter runter. Oh, da ist einer. Lol. Oh oh. Zweihändig bitte. Danke. Und da unten steht irgendwo einer. Oh, da ist... Da unten ist Struktur. Ich habe noch den Katzenring an. Aber die Leiter ist... Die führt direkt dahin. Den muss ich ja nicht mit Mords dem Schaden da unten ankommen. Das war die Leiter hier drüben. Diese. Ey. Will ich das Feuer hier anzünden? Ne, brauche ich nicht. Ey, wir sind am Boden angekommen. Nice. Irgendwo... Ach, da kommt einer die Leiter runter. 20 Lebenssteine. What the fuck? Finsterer Nebel. Fackel. Ach so, das ist hier... Das ist hier so ein... Da drüben ist es. Gut. Ähm. Also hier brauche ich nicht nochmal runter gehen. Aber... Von welcher Leiter bin ich denn gekommen? Von der hier. Gehe ich mal die hoch. Ne Kiste. Wow. Alter. Riesige Keule. Riesige Keule. Ist hier noch eine andere Leiter? Oder bin ich von der hier gekommen? Ne, ich glaube nicht. Also die Richtung müsste es eigentlich sein. Nein, nein, nein. Gift. Da drüben habe ich mein Zeug verloren. Das heißt, hier war ich schon. Und das ist die Leiter, von der aus ich diese Leiter benutzt habe. Da bin ich wieder hochgekommen. Okay, dann schaue ich mal hier runter. Wait. Das ist... Okay, das ist nicht... Das ist hier nichts. Hier bin ich nicht richtig. Was geht hier noch so? Das ist das random Loch von vorhin. Beziehungsweise letzte Folge. Das random Loch von letzter Folge. Warum schießt ihr nicht mehr? Warum schießt ihr nicht mehr? Ihr schießt kein Gift mehr. Warum? Okay, also wir befinden uns in einem Labyrinth. Die Fackeln sollen helfen, sich zurechtzufinden. So richtig machen sie das aber nicht, weil ich die teilweise planlos angezündet habe. Ich weiß nur, ich muss nicht mehr da runter. Oh oh. Nee. Warte. Ist hier eine Leiter? Nee. Der zweite trifft ihn nicht. Warum auch immer. Ah, ich kann hier auch an den Dingern meine Fackeln nochmal anzünden. Habe ich gerade gesehen. Da muss ich die Schmetterlinge nicht verhauen. Da drüben war die Ameise drin. Hm. Geht's hier nirgends? Doch, hier ist noch ein bisschen Zeug. Ja. Aber. Ich sehe jetzt hier keine Leiter. Uff, uff, uff. Okay, wild. Wild, 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 wild. Da will ich eigentlich hin. Und hier ist ein Leuchtfeuer. Soll ich mal probieren, da runter zu droppen? Katzenring ist drin. Schauen wir mal, was passiert. Ich meine, da drüben ist Struktur. Nope. Nope. Hm. Hm. Ja, ja. Giftet mich nur an. Ach, come on. Kannst du... Bitte kaputt gehen, danke. Ich will irgendwo da drüben auf die Struktur kommen. Da oben über die Brücke. Da oben über die Brücke. Da war ich, glaube ich, schon. Oder ist das eine andere Fackel von einem, der eine hält? Weiß ich nicht. Aber da drüben, über die Struktur. Hier ging es aber auch nicht zurück. Wieso visiere ich hier einen... Einen Schmetterling an? Lol. Schimmernder Lebensstein. Okay. Durchsichtiger Schmetterling. Alles klar. Wie bin ich denn hier runtergekommen überhaupt? Bin ich hier runtergedroppt? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. So, das heißt, hier darf ich nicht wieder her. Ist das Schatten oder ist das Struktur, die da ist? Das ist Struktur. Aber er lässt mich sterben. Okay, da darf man nicht hin. Da darf man wohl nicht hin. Eigentlich hätte der Katzenring... Ja. Oh, vielleicht. Weiß ich nicht. Aber... Wo ist das Loch? Das hier. Oberes Loch, mittleres Loch. Oberes Loch. So, nochmal. Also. Da hinten bin ich schon nur rüber. Oh, da steht hier einer. Lol. Da ist eine Brücke. Aber Moment. Die Brücke bin ich schon gelaufen. Ich glaube, ich will die Brücke. Bin ich wieder hier. Ähm. Nicht hauen. Reicht gerade. Sehr gut. Also, darunter darf ich nicht. Darunter darf ich nicht. Das war hier. Und ich will irgendeine Brücke oben erreichen. Das heißt, ich muss erstmal... Loch. Achtung. Ich mach mir mal kurz ne Fackel an. Das da sieht eigentlich so aus, als würde es da voll weiter gehen, aber... Oh, nope. Nope. Das heißt doch, ich will da rüber, oder? Nein, eigentlich wollte ich jetzt nicht runterfallen. Macht aber nix. Da ist ne Leiter. Ja. Macht gar nix. Die Frage ist eher, will ich hier weiter runter? Nö. Nö. Ich hab andere Pläne. Da ist die Treppe auf der... Äh, die Brücke, die ich quasi schon gegangen war. Mit den dreien. Okay. Und die Brücke, die ich will, ist... Ups. Ist hier irgendwo. Und das hier ist... Das geht doch kaputt, wenn ich da drauf stapfe, oder? Okay. Finstere Pyromantie-Flamme. Faules Harz. Okay. Hm. Ach, die Dinger will man eigentlich auch nicht wirklich kaputt machen. Da geht nur die Ausrüstung kaputt, wenn ich das richtig verstanden hab. Sehle. Sehle. Bist du mittlerweile hier oben angekommen, oder was? Ja, tatsächlich. Guck mal an. Ich kann leider nicht richtig erkennen, was dahinter der... ...wo diese Brücke ankommt. Hm. Äh, lol. Ach, ihr blöden, dämlichen Statuen. Die Brücke kommt... Ne, da war ich doch schon. Das ist die falsche Brücke. Da drüben war ich schon. Oh, ich sterbe. Oh, das war knapp. Hahaha. Da nach oben. Ups. Gut. Oh, ein Rumgeirre in der Finsternis. Hm. Auch ärgerlich, dass ich da nicht hochkomme. Also. War ich hier schon? Ne, hier war ich noch nicht. Guck mal. Guck mal. Aber das ist genau die Struktur, wo ich eigentlich hinwollte. Große Seele. Oh. 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 Käftiges Wurfmesser. Oh. Was bist du denn für ein hässliches Ding? Ha. Hier komme ich an den Loot, der da liegt. Ein Lebensstein. Okay. Okay. Habe ich irgendwas da drüben noch nicht gemacht? Bin ich irgendwo da drüben noch nicht lang? Ich weiß es nicht. Die Fackel. Habe ich die vergessen? Habe ich die vergessen? Passiert irgendwas? Nö. Ich glaube nicht, dass ich hier hochgegangen war. Ah doch. Nee. Verschlossen. Ey. Könnt ihr mal... ...bitte nicht... ...die ganze Zeit auf mich spucken? Verschlossen. Verschlossen. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Spuckt mich aber was an von da drinnen. Okay. Hier war ich noch nicht. Weiß ich nicht, ob ich da oben schon drauf war. Aber das wirkt doch auch hier so wie... Geh da hin, dropp da runter. Ja, hier komme ich wieder zu dem anderen Leuchtfeuer. Okay, der Gegenstand ist... ...blöden gegangen. Nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Hmph. Ja, ihr macht meine Sachen kaputt. Ich weiß schon, ich weiß schon. Ey, guck mal, wo wir hier... Was wir hier haben. Die verlorenen Seelchen sind zurück. Bei ihrem Besitzer. Ja, da drüben war ich schon. Ganz offensichtlich. Ach so, wait. Lol, ich bin wieder am Anfang. Ne, hier. Da oben war, glaube ich, auch noch eine Fackel, ne? Ja. Zünden wir die auch mal schon an. Dann weiß ich, ich war hier auch schon. Das Ding, das da an dem Seil hängt, ne? So. Anzünden. Oh oh. Oh, der lebt ja noch. Wow. Anzünden. Und anzünden. Ah, hier gerade Loot? Ne. Aber. Nehmen auf jeden Fall die Fackel. Zack. Und wir zünden hier mal ein bisschen an. Oh, ein bisschen Licht hier. Bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ups. Aber ich bin ja nicht weit vom Leuchtfeuer. Das ist easy. Über die Brücke mit den Dreien. und dann so gerade aus rechts, rechts rum, da steht das, das Ding. Dort steht dann das Ding. So, also. Hier rüber. Hi. Grüß euch. Ich habe schon mitbekommen, dass ihr hier seid. Alles klar. Ihr könnt ein bisschen runterkommen, Jungs. So, hier rüber. Da haben wir auch schon den Loot zurück. So. Jawoll. Fackel. Sehr gut. Nehme ich. Oh, noch einer. Aua. Hast du wehgetan. Ganz schön viel Schaden gemacht, der Kollege hier. Zertrimmer. Ach ja. Ist ja gut. Lass mich mal... Nicht die... Nein. Ach, ich... Oh, die leuchtet... Die brennt noch. Okay. Cool. Ach, hier war ich. Hier bin ich bereits einmal gewesen. Zumindest... Laut der brennenden Fackel. Aber hier... Das ist doch... Ne, warte. Von hier bin ich jetzt gerade... gekommen. Und hier geht's in so dunkle. Das... Wundert mich gerade ein bisschen. Oh, hi. Das sieht gut aus. Also, wir holen mal... Nochmal die Fackel. Hast du einen Loot? Ne. Wo kommt ihr denn auf einmal alle her? Habe ich jetzt... Das ganze Level getriggert? Weil ich den richtigen Weg gefunden habe, oder was? Das ganze restliche Level getriggert, weil ich den richtigen Weg gefunden habe. Nice. Ja. Ich glaube nicht, dass ihr Hier so Saft spritzt Hört mal auf damit Lasst das mal bitte bleiben Ich habe keine Lust auf euren Saft Hallo Okay Der richtige Weg ist es auch nicht Aber hier ist ein Loot Großes Schild des bösen Auges Oh Leute ey Gibt es doch gar nicht Wo bin ich denn noch nicht gewesen? Doch nochmal runter Doch nochmal ins untere Feuer gehen Und da mal schauen Sieht fast so aus Hm Sieht fast so aus Aber das untere Feuer ist da drüben Und Das Tor In das ich will War da bei dem unteren Feuer Dort Hier unter mir irgendwo Müsste es sein Ja genau da unter mir Ist es Ha Wie komme ich jetzt hier runter? Blöde Spuckpuppen Ich will nach unten Ich brauche eine Leiter nach unten Am besten hier irgendwo Ich meine Da drüben ist auch noch was Gehe ich doch nochmal Moment Okay Warte 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 Ja hier hoch Nee 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 Ich will Wo will ich denn hin? Ich will Eigentlich Hier rüber Zu dem Kollegen Aber da kann ich doch auch Hinspringen Genau Hier war Das Mal ganz kurz die Fackel anzünden Schade Da ist eine fette Kiste Geht nicht Verdammt Oh oh Ah Mist Sau Bazi So Jetzt hat gleich Saufen Taufen Da ist die Kiste Hm Wow Das ist ja noch eine Kiste Okay Hm 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 Komme ich hier an diese Kiste Irgendwie ran Die da steht Schwierig Springen ging nicht Aber von da oben springen Von hier kann ich springen Was hat mich jetzt Angespuckt Ring des Seelenheils Ähm Der hier Äh Heb Tod und Versteinerung auf Zerbricht jedoch Ey Invasion Nee Mann Lacht darin Melin Jetzt hab ich nicht aufgepasst Kacke Und das war's mit dem Ring des Seelenheils Ah Ist es eine Mimika Okay gut Hm Dann kann ich jetzt gerade wieder den anderen hintun War das der Ja Ja Ich bin Ich stehe auf dem Schlauch Wo bin ich noch nicht gewesen Moment Ich kann mir nur vorstellen Dass ich vielleicht unten irgendwas übersehen hab Ah Ich hab meine Seelen behalten Durch den Ring Vermute ich Ah man Wie ich sie immer vergesse Und jedes Mal wieder Ein kurzer Schreckmoment Entsteht Durch diese Nummer Bin ich schon mal hier runter gegangen Weiß ich nicht Huh Überlebt Aber hier war ich doch schon unten Oder Das ist doch die Nummer Die Jaja Ne Da war ich schon Da war ich schon Naja gut Ich könnte mal alles anzünden Da ne Ja gut Also gut Komm Warum nicht Let's go Machen wir mal ein paar Fackeln an Du machst so viel Damage Das ist echt der Hammer Aber gut Es könnte vielleicht auch daran liegen Glaube meine Ausrüstung ist hinüber Nö Alles easy Die die ich ausgerüstet hab Funktioniert noch So Jetzt hat Ähm War ich da hinten durch? Da hab ich nur geguckt Naja gut Aber Vielleicht war das doch der Fehler Dass ich nur geguckt hab Und ich einfach hätte springen sollen Ach guck mal Duftzweig Nice Das gefällt mir hier gar nicht Das gefällt mir hier gar nicht Okay Let's go Puh Ähm Es ist nur ein Durchgang Schwarze Schlucht Nice Okay Weiter geht's Spuckt ihr mich noch an? Oh ja Ihr spuckt immer noch Aber nicht alle Und ich weiß nicht Welche spucken Und welche nicht Scheiße Oh kacke Okay Oh man Wie mach ich das Durchrennen war es Jetzt nicht Ach Ich glaub den Katzenring Werde ich hier jetzt Wahrscheinlich nicht mehr brauchen Deswegen tausche ich den mal Flink aus Gegen Den wieder Oder Das ist der Mehrschaden Versteinerungsresistenz Versteinert wurde ich bisher Noch nicht Verbesser Angriff bei niedrigen Trefferpunkten Was heißt Niedrig Mh Okay Ne Steht Ne Gefahrgerät Und Hölfe Übergehend Dessen Angriffskraft Seid ihr irgendwie Erkennbar Die die spucken Die einäugigen Sind die einäugigen Die die spucken Okay Keine Ahnung Ne Ne Sind's nicht Puh Schwierig Schwierig Da liegen einige Seelen Gut Das mit den Einigen Seelen Hat sich Erledigt Ich will da Links hoch Rennen Dann renne ich Jetzt nochmal vorbei Ey Das Also Weiß ich nicht Ob das Die schwierige Schwierigkeit ist Die mir Spaß macht Eher nicht So Jaja Ist okay Vergiftet mich Nur Ah Ihr kommt Hinterher Schotel Irgendeine Waffe Und Irgendeine Waffe Und irgendwas anderes Keine Ahnung Egal Gut Also Das ist es nicht In dem Fall Heißt es Geradeaus Spuckt Ja Alle In dem Fall Heißt es Geradeaus Äh Würdest du mich Bitte Bitte Vorbeilassen Danke Ach du Scheiße Ach du Scheiße Gibt es hier Irgendwo Ein anderes Leuchtfeuer Boah Und danach Kommt dann Der Boss Okay Okay du spuckst Auch Hier spucken Auch Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Elf Große Seele Okay Und was haben wir hier Ja lass mich mal kurz gucken Bitte Lebensreste Fackel Okay Ich glaube ein anderes Leuchtfeuer ist nicht drin Okay Ach ja Die spuckt ja auch Ganz vergessen Keine Ahnung Welche mich jetzt hier getroffen hatte Ich will da nur rein Ganz kurz Ich will nur mal gucken Lass mich doch nur mal schauen Mist Nur mal kurz gucken Einen kleinen Blick reinwerfen Aber ja Wie heißt es so schön Der Weg ist das Ziel Ah die beiden Okay da muss ich noch mal Waldkind Victor So Hi Wer bist Oh mein Gott Ein Fleischberg Ah der baut die dämlichen Dinge auch noch zusammen Hey ich hab ganz viele davon kaputt gemacht Wenn es dich ärgert Hehe Bin ich vergiftet Ja ne Dann muss ich auf jeden Fall Das Anti Anti Gift Zeug Reintun Für den Weg Hahaha Ne ich bin nicht vergiftet Mh Bisschen wenig Schaden Für meinen Geschmack Ah ok Zur Seite Haust du auch Er hat mich ins Feuer geschubst No Feuer macht einfach so viel Schaden Gut 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 Nochmal hinsetzen Nochmal hinsetzen Der kriegt nicht so viel Schaden Der kriegt mich so viel Schaden Von meiner helle Bade Aber Doch die ist die richtige Von der vielleicht Ach Dammit Ich will nicht vergiftet werden Ich weiß nicht wie viele Treffer ich abbekommen Nein Nein Ne Das ist Och Mann Ein bisschen assi hier gerade. Bin ich noch vergiftet? Nee. Okay, gut. Ich will mal testen. Ah, nicht genug. Nee. Nicht ins Feuer rein. Feuer ist böse. Was habe ich denn hier sonst noch so zur Auswahl? Ich hänge fest. Ging an irgendwas. Okay, also. Die Arena ist hier. Gut. Da hinten ist Loot. Lol, da liegt Loot rum. Ja, die Axt macht Schaden. Die macht Schaden. Das sieht dann gleich schon mal ganz anders aus. Okay, du kotzt. Kotzen kann er auch. Nee. Ich brauche mal ganz kurz einen Moment Abstand von dir. Nein. Meine Rolle kam zu spät. Mist. Und dann drei verschiedene, vier verschiedene Finstergeister, die jetzt hier auf dem Weg schon ankamen. Ist, 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 ist. Ah, ärgerlich. Das hätte nicht sein müssen. Ja gut, jetzt sind wir eh vergiftet. Jetzt ist es egal. Und der Finstergeist ist auch wieder am Start. Jawohl. Jawohl, jawohl. Ja, reicht. Shit. Lass mich mal ganz kurz ein bisschen Abstand gewinnen. Bin. 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 Das war's. Das hat dich jetzt geärgert. Oh, hoppla. Ich kann ihm seinen Arm abhacken. Ja, ja, ja. Ist okay, ist okay. Der Verkommene. Yes, nice. Läuft. Seele des Verkommenen. Nice. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, da rüber zu hüpfen. Auch wenn es mein Tod ist. Ne, warte mal. Ähm. Hier war doch irgendwo anders noch ein Durchgang. Hä? Da. Da. Okay, sieht man fast nicht. Erst Leuchtfeuerlein. Erst ein... Leuchtfeuerlein. Verstehen wir das etwas? Einfallspindelgewürz... Skeptiker. Okay. Gut. Ha. Hier ist nochmal so ein Ding mit... Okay. Ich will aber schon versuchen, den Loot da hinten im Feuer zu kriegen. Ist das wieder jetzt just a prank, Bro-Moment? Ne, geht gut. Euer Samen. Hoppala. Oh Gott, aua. Ähm. Was? Da. Da. Da komme ich doch nicht mehr hin. Ich wollte doch da hinten an die Schlange. Nein, ich dachte, ich setze mich kurz ans Feuer zum Heilen. Ah. Ist das ärgerlich. Da gehe ich nicht mehr runter. Das ist die einzige Wahl. Ah. Ärgerlich. Super ärgerlich. Boah, da unten war halt auch noch anderer Scheiß, ne? War eigentlich die... Ist das auch eine alte Seele? Ja. Jetzt habe ich drei. Wie viele gibt es davon? Drei klingt jetzt erstmal nicht so schlecht, ne? Aber da hinten beim... Bei Saurons Turm waren wir auch noch nicht. Ah, hier war ich. Ja, genau. Das habe ich ja auch noch freigeschaltet, das Leuchtfeuer. Genau. Aber ich werde es jetzt trotzdem nochmal machen. Ich renne nochmal da runter. Ich renne noch einmal da runter. Ich meine, der Weg, den kennen wir ja jetzt. So schlimm war es auch nicht. Die habe ich vergessen. Schon wieder nicht an die gedacht. Ja, ja. Ist gut. Ich weiß Bescheid, Leute. Ich weiß Bescheid. Ihr vergiftet mich und macht Quatsch mit mir und so. Alles easy. Alles easy. Wait. Warum ist hier... Warum ist hier... Okay, ich wollte gerade sagen, ey. Also, ich habe mir nicht mal gemerkt, was auf den anderen Tafeln stand. Aber mal gucken. Verboten ist der Weg ins Reich des alten Königs. Eindringlinge werden sich ungemacht stellen müssen, wie sie es sich eines Königs... Achso, das ist das gleiche, was auch beim anderen stand. Ohne Spur von Wasser und Weg wird elender Versuchung wieder standen. Und die Stadt des versunkenen Königs schlummert genauso wie der darin verborgene Drache. Und der portet mich jetzt dann wieder zu dem... Nee, das ist auch wieder was anderes. Das hier geschrieben ist, habe ich mir das weiter Ferne heraufbeschworen. Fackel anzünden. Und geschlossen. Kann ich mit der Fackel hier irgendwas machen? Nee. Okay. Nochmal so einen Raum entdeckt. Der aus weiter Ferne geöffnet wird. Alles klar, läuft doch. Damit sage ich danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr da wart. Und beim nächsten Mal gucken wir zu dem anderen Leuchtfeuer, das ich da in dem Loch gefunden habe. Also, haltet wieder ein. Ich weiß nicht!